Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem Video und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Ich mache es ganz kurz. Das, was letztes Wochenende passiert ist, hat meine Erwartungen, ehrlich gesagt, völlig gesprengt und mich auch ein bisschen sprachlos gemacht. Und zwar haben wir gerade Montag und mein Duft ist letztes Wochenende angekommen bei den meisten Leuten, zum Beispiel auch in den Shops und bei den ganzen Vorbestellern. Und ich kann euch ganz ehrlich sagen, so das Feedback, was ich bekommen habe, man wünscht sich ja wirklich ein bisschen Erfolg für das eigene Produkt. Das stimmt schon, ja, aber das Feedback, was ich bekommen habe, hat mich wirklich absolut sprachlos gemacht und überwältigt. Stand heute ist in Berlin, also in beiden Shops in Berlin, insgesamt noch ein Flakon übrig, den man kaufen kann. Alles andere ist weg. Soweit ich weiß, haben Hamburg und Regensburg noch Sachen, aber ansonsten ist es sehr, sehr mau. Und das ist natürlich etwas, womit wir, glaube ich, alle nicht wirklich gerechnet haben, dass jetzt auch in den Stationen vor Ort das Ding schon ausverkauft ist. Es ist außerdem mega, mega heftig, was ihr mir an Nachrichten dargelassen habt, was an Rezensionen dargelassen wurde, zum Beispiel auf Parfumo. Dieser ganze Social-Media-Hype, der mich letztes Wochenende erreicht hat, ich weiß wirklich nicht, wie ich damit umgehen soll, sage ich euch ganz ehrlich, weil ich das so in dieser Form nicht erwartet habe. Und das macht mich wirklich ein bisschen sprachlos und deshalb wollte ich an dieser Stelle einfach mal kurz Danke sagen. Ja, danke erstmal an euch, dass ihr mir überhaupt dieses Vertrauen geschenkt habt. Danke an diese ganzen positiven Worte, die mich erreicht haben, diese lieben, freundlichen Worte. Das tut wirklich gut und das hat mich sehr gefreut. Und deshalb an dieser Stelle, ja, vielen, vielen Dank schon mal an euch. Ich möchte euch noch kurz erzählen, da das Ganze ja jetzt doch schon ein ziemliches Ausmaß angenommen hat, was ich persönlich auch nicht habe kommen sehen, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Ich werde aktuell sehr häufig nach Nachproduktion gefragt. Die Shops haben schon reserviert, was sie dann eben bestellen möchten, damit sie wieder Ware haben. Es ist aber auch so, dass mich tatsächlich schon einige Anfragen erreicht haben, wann denn endlich die Nachproduktion losgeht. Und ich kann euch ganz ehrlich sagen, ich habe die Nachproduktion schon gestartet. Ja, das heißt, das Öl ist schon bestellt und es ist ja jetzt zum Glück so, wirklich zum Glück muss man sagen, dass alles andere, was hier in dem Flakon eine Rolle spielt, also Kappen, Plaketten, Glas, Sprühköpfe, Verpackungen, alles ist ja da. Und deshalb kann ich an dieser Stelle auch wirklich sagen, dass das sehr, sehr schnell über die Bühne gehen wird, weil wir jetzt wirklich nur das Öl brauchen. Das muss dann angesetzt werden, muss ein bisschen reifen, dann wird es abgefüllt und dann ist das Ganze auch schon wieder versandbereit. Das heißt ja, bevor wir zu einem Teil kommen in diesem Video, den ich schon seit Wochen vor mir herschiebe, möchte ich an dieser Stelle noch kurz sagen, wenn ihr den Duft euch vorbestellen möchtet, ja, und ihr möchtet einen Flakon von dem zweiten Batch haben, was sehr zeitnah kommen wird, wofür das Öl schon bestellt ist, dann habe ich jetzt aktuell wieder die Vorbestellung freigeschaltet, ja, aufgrund der Anfragen, die ich bekommen habe und weil so viele Leute sich das Ding sichern wollen. Ich sage aber ganz ehrlich, Leute, so viele Vorbestellerflakons wie beim letzten Mal, nämlich 200 Stück, wird es dieses Mal nicht geben. Es wird nämlich nur 50 Stück geben, weil ich den Fokus wirklich auf den Handel vor Ort setze. Das heißt, die Shops, die das Ding verkaufen, sollen das auf jeden Fall auch bekommen. Und deshalb habe ich die Vorbestellung für den zweiten Batch auf 50 Stück limitiert. Das heißt, ja, solltet ihr das Ding euch vorbestellen wollen, alles weitere zu den Lieferzeiten und so weiter, findet ihr auf der Website, es wird aber sehr zeitnah sein. Dann jetzt an dieser Stelle die Bitte, geht gerne auf den Link in der Beschreibung. Da könnt ihr das Ganze tun, wenn ihr euch unbedingt einen Flakon von U31 sichern möchtet. Und nur zur Klarstellung nochmal, ja, der zweite Batch wird natürlich genauso duften wie der erste Batch. Keine Frage, wir haben keine Reformulierung gemacht. Aber es ist einfach so, dass aufgrund dieser hohen Anfrage ich der Überzeugung bin, dass das die sinnvolle Möglichkeit ist. Denn wenn wir jetzt hier große Graumarktpreise sehen von, was weiß ich, über UVP, das ist, glaube ich, nicht das, was wir alle wollen. Das heißt ja, an dieser Stelle einfach der freundliche Hinweis, wenn ihr euch einen Flakon sichern möchtet, ihr habt den Luft getestet, ihr wollt ihn tragen und ihr möchtet ihn auf jeden Fall haben, dann geht gerne in die Beschreibung rein. 50 Stück limitiert und das ist eben alles, was ich zu diesem Vorbestellungsding schon mal sagen kann. Gut, jetzt möchte ich aber an dieser Stelle noch wirklich ein bisschen was machen, was nicht mit dem Produkt zu tun hat, sondern einfach mal Danke sagen den Personen, die überhaupt dafür gesorgt haben, dass das jetzt letzten Endes so gekommen ist, wie es gekommen ist. Denn es ist einfach so, ohne die Mithilfe von ganz, ganz vielen Menschen, wäre dieses Projekt letztes Jahr im Mai in dem Sand versickert und es hätte einfach nicht stattgefunden. Denn wir erinnern uns alle, was passiert ist. Ich hatte eigentlich mit einem lokalen Parfümeur vor, das Ganze zu machen. Der hat dann ziemlich aus dem Nichts, nachdem der Vorverkauf recht erfolgreich über die Bühne gegangen ist, was auch alles abgesprochen war, Forderungen gestellt. Im Sinne von, ich sollte da 5.000, 6.000 Euro bezahlen, wo mir auch keine Belege vorgelegt werden konnten. Und er hat dann im Grunde genommen gesagt, nö, wenn du das nicht zahlst, dann mache ich jetzt nicht mehr weiter. Das nochmal kurz als Rückblick, ja. Da kann sich ja jeder vorstellen, dass man zwei Optionen hat, ja. Entweder du bezahlst die Kohle und hoffst, dass das dann wirklich auch funktioniert. Nee, eigentlich gibt es drei Möglichkeiten, ja. Zweite Möglichkeit ist, du versuchst es irgendwie zu retten und mit einer anderen Person zu machen. Möglichkeit 3 ist, zu klagen und sich das einzuklagen, weil man hat ja einen Vertrag, wo ja auch alles drin geregelt war. Aber das Ding ist, so eine Klage, wie wir wissen, zieht sich ja dann auch eine gewisse Zeit lang hin. Ich bin mir ziemlich sicher, dass damit niemandem geholfen gewesen wäre, wenn ich jetzt mit dem Ganzen vor Gericht gezogen wäre. Also war plötzlich der Druck, der auf meinen Schultern lastete, wirklich sehr, sehr hoch. Und ich verspreche euch, Freunde, es hätte nicht funktioniert, dieses Projekt bis zum Ende zu führen, wenn da nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 Personen gewesen wären, die mir da wirklich extrem unter die Arme gegriffen haben. Das nächste Mal geht der Dank an drei Menschen raus, die mir unmittelbar geholfen haben, einen neuen Abfüller zu finden, einen neuen Parfümeur zu finden. Und die mir ihr Netzwerk zur Verfügung gestellt haben, wo sie einfach nur gehört hatten, dass ich jetzt da wirklich auf dem Trockenen sitze und die das komplett ohne eigenen Benefit gemacht haben. Person Nummer 1 ist, glaube ich, jedem bekannt hier auf dieser Plattform, Herbert. Herbert hat mir, nachdem ich ihm das erzählt habe, relativ schnell die Möglichkeit eröffnet, auf mehrere Parfümeure zuzugehen. Und das rechne ich ihm extrem hoch an. Also Herbert, vielen Dank an dich. Ich habe dir das zwar schon privat gesagt, aber ich weiß das wirklich sehr, 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 sehr zu schätzen. Es ist aber so, dass da auch noch zwei weitere Personen waren, die mir vor allen Dingen was Abfüller und auch nochmal was einen anderen Parfümeur angeht, geholfen haben. Auf der einen Seite ist das der Chris von Kinetic Perfumes, der auch jetzt noch einen Flacon in den nächsten Tagen bekommen wird. Das wird, glaube ich, gerade noch zugestellt. Und er hat zum Beispiel auch mit Christian Carbonell zusammengearbeitet. Er hat mit Mark Buxton zusammengearbeitet und hat mir dann in einem einstündigen Telefonat abends von 10 bis 11 erklärt, wie er das Ganze retten würde und wie er mir eben auch da helfen kann. Das witzigerweise, wo ich einfach nur mal einen Flacon von ihm gezeigt hatte zu dem Zeitpunkt und ein bisschen über die Marke gesprochen habe und wirklich auch komplett ohne Eigennutz. Und Person Nummer 3 ist auch wichtig, wenn es um den ganzen anderen Kram geht, also um das ganze Produktionsding. Und das war tatsächlich auch so der größte Punkt, denn natürlich hört es bei dem Parfumöl nicht auf. Du brauchst auch Alkohol, du brauchst Glas, du brauchst Plaketten, Kappen, du brauchst Umverpackungen, du brauchst jemanden, der das Ganze abfüllt, du brauchst jemanden, der das Ganze bei der EU anmeldet. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir der Theo sehr deutlich weitergeholfen. Theo verwaltet in Deutschland die Marken Elektimus, Roger Parfums und Schwarzlose Berlin und ich glaube auch noch Somens, auch noch irgendwas, ich bin mir aber nicht 100% sicher. Und er hat mir den Kontakt zu einem sehr großen Abfüller hergestellt, der mir dann zwar nicht weiterhelfen konnte, weil die so kleine Auftragsarbeiten gar nicht machen, aber der konnte mir dann wiederum meinen jetzigen Abfüller empfehlen. Und an den, nämlich den David, geht auch nochmal ein ganz besonderer Dank raus, weil der mir nämlich direkt sein gesamtes Netzwerk zur Verfügung gestellt hat. Das heißt, mit dieser Person hatte ich Zugang auf Glas, auf Sprühzerstäuber, auf alles, was drumherum irgendwie so eine Rolle spielt. Und das fand ich auch wirklich sehr, sehr krass, dass man so einen No-Name wie mir dann auch direkt so das ganze Netzwerk zur Verfügung stellt. Es ist aber auch natürlich so, dass die ganzen Leute, die drumherum noch an dem Projekt mitgewirkt haben, wie zum Beispiel die beiden Jungs von Pernois, die mir auch nochmal kontaktmäßig weitergeholfen haben. Wie der Christian, der zusammen mit dem Laurenz zusammen aus meiner Community, also zwei Community-Mitglieder, das gesamte Umverpackungsdesign gemacht hat. Also die Plakette und auch den Karton, der hier steht. Dann haben wir natürlich meinen Lieblingsitaliener, den Duftbunker, der das Plakat designt hat, der die Produktshots auf der Website gemacht hat, der auch nochmal einen richtig geilen Social-Media-Post und einen Flyer designt hat. Dann haben wir den Lars aka Blubini, der einen richtig, richtig geilen Text geschrieben hat, den ich auch schon mal vorgelesen habe im Stream und dazu auch ein Video gemacht hatte. Und der dann letzten Endes auf den Flyern zu finden sein wird. Dann den Dennis aka, nicht Fragrance Dogs, sondern Century Nation Buffers, der in die Parfümerien reingerannt ist mit dem Sample, was ich ihm geschickt hatte. Dann natürlich die Parfümerien, die sich entschieden haben, das Ding aufzunehmen überhaupt von jemandem, der noch nie vorher einen Duft gemacht hat. Und der auch nur mit einem einzigen Duft launcht, der dann auch nochmal recht teuer ist. Dann kann ich da auf jeden Fall noch Angelina, Leni, Jill aufzählen, die mir Feedback zu dem Duft gegeben haben, zu der Duftprobe. Julian, der das auch gemacht hat. Ja, und ich glaube, ihr versteht so langsam, was das Ganze überhaupt für ein Riesenteil ist und wie wenig das eigentlich auch mit mir selber so zusammenhängt. Und deshalb finde ich es an dieser Stelle auch, vielleicht wenn es ein bisschen jetzt langwierig ist, den allen zu danken und so, finde ich es richtig und wichtig, Dankeschön zu sagen an alle diese Personen. Und natürlich auch an euch, also an die Vorbesteller. Wenn ihr das Video guckt, ihr werdet das Video bestimmt schauen. Also all die Leute, die sich entschieden haben, nicht zu sagen, okay, ich springe jetzt ab und ich lasse den Kai im Regen stehen, sondern die wirklich nach wie vor daran geglaubt haben, dass das ein gutes Produkt wird und die mit ihrem enormen Vertrauen mir im Grunde genommen erst das alles ermöglicht haben. Denn man muss sich ja nur mal vorstellen, was passiert wäre, wenn jetzt wirklich fast alle irgendwie abgesprungen wären. Dann hätte ich das Ding garantiert nicht bis zum Ende machen können. Und dann wäre das auf jeden Fall auf der Mitte vom Weg irgendwann gescheitert. Deshalb vielen, vielen, vielen Dank an euch. Euch schulde ich tatsächlich den größten Dank, dass ihr mir dieses Vertrauen überhaupt geschenkt habt. Und ja, ich glaube, das Endprodukt hat jetzt auch die meisten wirklich überzeugt. Gut, in diesem Sinne, Freunde, möchte ich dieses für mich sehr wichtige Video beenden. Ich hoffe, dass euch der Duft gefällt, wenn ihr ihn bekommen habt. Ich hoffe, dass er euren Vorstellungen entspricht. Beziehungsweise, wenn ihr das Teil noch nicht besitzt und ihr habt es jetzt getestet und ihr wollt es unbedingt haben, dann weise ich euch natürlich gerne darauf hin, bitte ich euch. Geht entweder in eine Parfümerie rein, kauft euch das da oder geht auf den Link in der Beschreibung. Bestellt es vor, der zweite Badge wird bald erscheinen. Es gibt nur 50 Stück, die ich dafür reservieren möchte. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, und ansonsten war es das mit diesem Video. Ich bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann sehr gerne in einem regulären Video wieder. Also Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal, bis dann, euer Kai.